Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um deine Fragen, die ich versuche, dir zu beantworten. Monika Michelmeier fragt, danke für die interessanten Beiträge. Ich möchte aber wissen, wenn ich vor dem Essen ein großes Glas Wasser trinke, verdünne ich dann nicht meine Magensäure damit. Das wäre doch für die Verdauungstätigkeit kontraproduktiv. Ich hoffe, dass ich eigentlich immer wieder dazu gesagt habe, dass man so 20 Minuten, 15 Minuten vor dem Essensbeginn das Wasser trinkt. Also zum einen macht es ein superschönes Sättigungsgefühl und zum anderen ist es dann auch wirklich wieder draußen und verdünnt eben nicht die Verdauungssäfte, weil das wollen wir nicht und deswegen sage ich auch immer, bitte nicht während des Essens trinken. Aber zwar ein guter Hinweis, vielleicht habe ich das nicht so explizit gesagt, weil es ist ja schon manchmal so, dass man irgendwie denkt, man hat was gesagt und dann hat man es nicht getan. Also immer dieses große Glas Wasser bis zu einem halben Liter im Übrigen 15 bis 20 Minuten vor dem Essen zu sich nehmen. Ja, ihr habt ja immer Fragen an mich, aber ich habe diesmal auch eine Frage an euch, weil ich lese ja immer in den Kommentaren und ich finde es immer ganz toll, was ihr so schreibt. Und ihr schreibt mir, dass ihr das Intervallfasten praktiziert. Einige seitdem das Buch rausgekommen ist, letztes Jahr war das im März und andere haben es jetzt erst irgendwie entdeckt und haben jetzt erst angefangen. Und ich habe ja auch schon mal was zu einer Frau gesagt, die 44 Kilo damit abgenommen hat. Ich bin so begeistert. Ich würde einfach gerne wissen, ja, wie viel habt ihr denn damit abgenommen? Wie viel hast du denn damit abgenommen? Hast du damit vielleicht auch zugenommen? Das wäre ganz toll. Das ist meine Frage an euch. Und vielleicht schreibt ihr einfach unten in die Kommentare euer Erlebnis rein, weil das würde mich natürlich interessieren, weil abnehmen oder zunehmen, das ist ja immer so ein Thema, das eigentlich immer en vogue ist. Ja, und jetzt gerade in der Zeit, wo es doch dann bald wieder wärmer ist und man zeigt mehr nackte Haut draußen, ist das natürlich nochmal ein ganz spannendes Thema. Also deswegen würde gerne wissen, ja, wie viel ihr so abgenommen habt. Und ja, freue mich dann, wenn ihr mir das schreibt. Ja, und Irina schreibt mich an und fragt, dass sie etwas ganz dringend wissen will. Denn ihr Herz macht die sogenannten Extrasystolen. Das sind so Schläge, Extraschläge, die einem vorkommen, als würde das Herz bis in den Hals schlagen. Und sie macht sich halt ganz viel Gedanken, weil sie ist nämlich ganz frisch schwanger. Und seit einer Woche hat sie mehrmals täglich dieses Herzstolpern. Und sie hatte einfach so ein bisschen Angst und wollte halt mal wissen, was ich dazu sage. Also erst mal, Irina, das meiste Herzstolpern oder die Extrasystolen sind tatsächlich harmlos. Kann einfach sein, dass du im Moment, weil sich dein Körper tatsächlich auf die Schwangerschaft einstellt und da ganz viel passiert, dass dein Herz sich da auch einstellt. Vielleicht bist du auch ein bisschen aufgeregt. Das kann auch sein. Schau einfach, dass du so ein bisschen in die Ruhe kommst. Gewöhn dir vielleicht jetzt Achtsamkeitsmeditationen an. Also da gibt es einfach auch bei uns auf dem FAYO-Kanal wunderschöne Übungen dazu, die du dir selbst angewöhnen kannst. Dass du wirklich so ein bisschen mehr dich jetzt um dich kümmerst, dass du zur Ruhe kommst. Dass dann auch dein Rhythmus und dein Herzrhythmus wieder normaler wird. Wenn sich das nicht normalisiert und wenn du gar das Gefühl hast, dass es immer mehr wird, dann würde ich dich bitten, tatsächlich einen Kardiologen, einen Herzspezialisten aufzusuchen. Der untersucht dich dann und wird dich mit ganz großer Wahrscheinlichkeit beruhigen können, weil dieses Herzstolpern, das ist in den allermeisten Fällen harmlos. Und vor allen Dingen, wenn man so jung ist und wenn man dann noch frisch schwanger ist wie du, würde ich doch schon sagen, hast du eine 99,9%ige Wahrscheinlichkeit, dass dem so ist. Also das vorab von mir. Und lass dir einfach jetzt Zeit und sei gut zu dir in der Schwangerschaft. Iss nur das Beste, das was du riechen magst und was dir schmeckt. Und schau einfach, dass du gut kaust, weil auch das beruhigt deinen Körper, deinen Organismus und ja, hilft auch deiner gesamten Hormonproduktion, nämlich genau so die Hormone zu produzieren, dass dieses neue Menschenkind in dir gesund heranwachsen wird. Frau Einplatt möchte wissen, ob sie die Einzige ist, der es so geht. Ja, um was geht es dann? Also, Wasser auf leeren Magen bereitet mir Unbehagen. Ein Gefühl, als würde der Körper komplett auskühlen. Ja, wenn das Wasser kalt ist, ist dem auch so. Ich kenne das auch und das mag ich meistens nicht. Nur im Sommer, wenn es richtig heiß ist und morgens auch schon heiß ist, dann trinke ich das Wasser einfach so, wie es eben aus der Leitung kommt. Ich habe ja Osmosewasser zu Hause und es ist ja dann gefiltert und so weiter. Aber es ist dann einfach Normaltemperatur und das trinke ich dann so, wie es ist. Aber im Winter mache ich mir das Wasser warm, weil ich mag nicht frieren und ich möchte gerne, dass ich mich wohlfühle. Und deswegen mein Tipp an dich, einfach das Wasser schön erwärmen, sodass du es einfach magst. So vielleicht so 40, 50 Grad mehr magst du wahrscheinlich nicht haben, aber das ist richtig angenehm. Und es macht dann auch dieses angenehme, warme Gefühl im Magen. Und das ist schöner als ein kaltes Gefühl. Tja, Lisa, ein gutes Statement von dir. Lisa Simpson schreibt nämlich, was ist denn so schlimm am Blähbauch? Immer raus mit der Luft, das wirkt doch herrlich befreiend, nur keine Hemmungen. Das ist ein super schönes Thema und ich mache da demnächst auf jeden Fall ein Video dazu, weil das Thema mit dem Pupsen ist ein sehr interessantes Thema. Und ich kann euch auch nur sagen, es ist völlig normal, dass wir alle Luft in uns ansammeln und zwar 0,5 bis anderthalb Liter Luft. Und jeder von uns muss dafür sorgen, dass diese Luft eben auch wieder rausgeht. Es ist nun mal gesellschaftlich nicht unbedingt von Vorteil, wenn man dies laut tut und im Beisein von anderen, weil es können ja auch übelriechende Qualitäten dabei sein. Deswegen ist es schon nicht so ganz easy mit dem Blähbauch. Und man sollte schon auch gucken, dass man die Luft irgendwie im Rahmen hält, dass es nicht zu heftig wird. Deswegen die ganzen Tipps auch, die ich in Videos schon euch gegeben habe, was ihr gegen den Blähbauch machen könnt. Aber generell Luft hat jeder. Und das wollte ich einfach mal gesagt haben. Und es gibt da nochmal ein spezielles Video dazu. Ja, das war's für heute. Ich freue mich natürlich wieder über eure Daumen nach oben, die wirklich so fleißig nach oben gehen. Dankeschön dafür. Wenn ihr dieses Video natürlich weitergebt, teilt und wenn ihr den Kanal abonniert und vor allen Dingen, wenn ihr noch viel, viel mehr Fragen unten reinschreibt, dann kann ich ganz viele FAQ-Videos machen. Und bis zum nächsten wünsche ich euch einfach eine genial schöne Zeit und vor allen Dingen eine genial gesunde Zeit. Bis dann!